Hallo, ich bin Ante Anderback, Ihr Ansprechpartner für Schmierstoffe bei Shell Retail. Ich bin heute hier in den heiligen Hallen von Shell und hier im Shell Technology Center wurde das neue Shell Helix Top Up Oil entwickelt, welches ich Ihnen heute vorstellen möchte und das ganz besondere Eigenschaften hat. Und welche revolutionären Eigenschaften das sind, das wird uns gleich unser Technologie Manager Jens Sommer erzählen. Hallo Jens, grüß dich. Hey, moin Ante Na. Hier also hat das neue Universal Top Up Oil das Licht der Welt erblickt. Genau, hier ging es los. Was ist das Besondere, was ist das Tolle an diesem Öl? Das Besondere an dem Produkt ist, dass wir dieses Produkt launchen werden im Sinne des Kunden. Und das macht es zu etwas Spezielles, zu etwas ganz Besonderem. Der Kunde muss zukünftig nicht mehr nachdenken, wenn seine Öllampe aufleuchtet. Was muss ich jetzt reinführen? Nein, er geht einfach hin, nimmt das Universal Top Up Oil, füllt es drauf, Öllampe erlischt wieder. Alles ist gut. Wir haben uns entschieden, das Öl zu launchen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass zwei Drittel der Autofahrer generell mit zu wenig Öl unterwegs sind. und auch aufgrund der ganzen Spezifikationen, die es überall auf den Flaschen gibt, auch zum Teil nicht wissen, welches Öl jetzt das Richtige für sie ist. Mit diesem Öl, was wir jetzt launchen werden, geben wir dem Kunden ein einfaches Werkzeug an die Hand. Diese Technologie, die wir zu diesem Sinne verwenden, ist die sogenannte Pure Plus Technologie. Was ist Pure Plus Technologie? Das ist eine Technologie, die beschreibt, wie man aus Gas ein sogenanntes Grundöl herstellt. Jetzt muss man dazu wissen, dass das Grundöl ca. 80% in einem Motorenöl ausmacht und diese 80% werden dann aus Gas quasi geliefert. Dadurch wird es ein extrem reines und qualitativ hochwertiges Öl. Das Besondere an dem Öl ist, dass man es ganz einfach auf jedes Öl drauf schütten kann, ohne dass irgendetwas Negatives zu erwarten ist. Die Mischbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir natürlich hier über ein Top-Up Öl reden und dieses Top-Up Öl, natürlich mischbar mit jedem Öl, egal was in dem Motor drin ist, kompatibel sein muss. Ganz einfach gesagt, ein Öl, eine Lösung und der Kunde muss sich keine Gedanken mehr machen. Und das ist es, was wir dem Kunden anbieten wollen.